Boah, I hear the audience Von 10 Matches haben wir glaube ich 7 gewonnen oder so Auf jeden Fall richtig, richtig geil Ich werde auf jeden Fall auch in den nächsten Tagen Das Highlight Video dazu aufschneiden Denn ich habe auch einen Ace gemacht, was richtig, richtig geil ist Und dann bin ich noch Master Surgeon Rang 15, ich war glaube ich 13 Jetzt bin ich schon 15, also 2 XP Level hochgestiegen, ist auch richtig, richtig geil Und jetzt werden wir weiter nochmal ein bisschen spielen Und da möchte ich mich nochmal kurz entschuldigen Dass morgen kein Vlog kommt Denn ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Vlog Für den morgigen Tag aufgenommen Deshalb werde ich den morgigen Vlog streichen Es wird aber dafür ein anderes Video kommen Mit Facecam am Montag Denke ich mal habe ich es geplant Wo ich so ein bisschen über den Urlaub rede Wie ich den so fande und alles mögliche Aber das werdet ihr dann erfahren, wenn es soweit ist Und so ein bisschen anderes Video mal auf meinem Kanal Und mit Eure Truck vielleicht Morgen oder so Aber ich werde auf jeden Fall mal gucken, wenn ich auch das Highlight Video schneiden werde Und so, also wenn ich schon Bock habe Werde ich es noch heute schneiden und morgen hochladen Oder am Dienstag hochladen Aber für Montag ist es auf jeden Fall Fest Wo ich über meinen Urlaub reden werde Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Video Und gestern war auch kein Stream Das hatte den Effekt, weil ich ja gestern sozusagen der erste Tag war Wo ich richtig angekommen bin Ich bin ja am Donnerstag erst spätabends gekommen Und hab dann mich schön ausgeschlafen Und gestern war halt so der Chiller Tag So ein bisschen zocken mal wieder Und heute auch wieder mal so ein chilliger Tag Ich bin heute kurz vor elf oder so aufgestanden Auf jeden Fall richtig lang gepennt wieder Denn bald geht es ja auch wieder in die Schule in einer Woche Und ja, so ein bisschen wieder dran gewöhnen Ans zocken und so Ein bisschen Minecraft gespielt Cotterstrike gespielt mit ProPen Bald auch wieder Eure Truck Und ja, würde ich sagen Denk ich mal habe ich alles angesprochen Was ich ansprechen wollte Und dann sehen wir uns einfach morgen beim nächsten Video Ich weiß noch nicht was es werden wird Auf jeden Fall entweder Eure Truck oder Counter-Strike Aber ich tendiere eher zu Eure Truck Weil ich es besser aufnehmen werde Weil ich denke ich mal heute nicht mehr Das Highlight Video zusammen kriegen werde Denn ich sammle noch ein bisschen Material Aus verschiedenen Highlight Videos Und ja, würde ich sagen Sehen wir uns einfach morgen Und hauen Sie da rein Leute Und ciao ciao